Du musst hier, hier und hier unterschreiben. Von nun an bist du mein Schüler, ein Tiener des Bösen, ein Silv. Es ist Schumi, er ist wieder da, aber irgendetwas stimmt nicht. Was meinst du damit? Was stimmt denn nicht? Schumi, das ist doch nicht dein Ernst. Das wirst du gleich herausfinden. Mach doch ein Feuer, endlich den Fass. Bernie! Au! Du Idiot! Also gut, diese Runde geht an euch. Aber schauen wir mal, wie ihr euch gegen meine Armee behaupten könnt. Ich hol mal lieber mein Gewehr. Ihr Narren! Jetzt, wo euer Tod unmittelbar bevorsteht, erkennt ihr die wahre Stärke der dunklen Seite der Mauer! Ich kann es nicht fassen! Was habt ihr gemacht? Wir? Wir haben gar nichts gemacht. Er hat uns angegriffen. Was für ein Vogel bist du eigentlich? Ich bin euer absoluter Erzfeind. Ich habe diese Invasion angezettelt. Ich habe Schumi auf die dunkle Seite der Macht gezogen. Ich war es nicht! Bitte, bitte. Macht euch doch nicht lächerlich. Ihr habt doch absolut keine Chance gegen mich. Aber da ihr Mut bewiesen habt und offensichtlich stärker seid, als ich dachte, werde ich euch verschonen. Ähm, aber wieso? Ihr seid mit Abstand die stärksten Gegner hier auf der Erde. Schumi war offensichtlich noch nicht bereit. Ich werde ihn jetzt mitnehmen und dafür sorgen, dass er bei eurer nächsten Begegnung gewadmet ist. Nur dann, wenn er euch besiegt hat, wird er ein wahrer Safe. Hallo! Hallo! Der Knochen guckt raus! Oh Mann! Das sollte echt niemand ertragen müssen. Also gut. Ich werde ihn jetzt mitnehmen und wieder zusammenflicken. Du Drecksack gehst nirgendwo hin. Er gibt dich und lass Schumi zufrieden. Commander, greifen Sie an! Verdammt, das sind einfach zu viele. Wer kommt nicht gegen Sie an? Los, schnappt euch die Flieger und haut ab! Ich gebe euch Feuerschutz! Was ist das mit dir? Wo kommt es denn hier los? Laucht doch nochmal! Los, komm mit! Nein! Ein hüpfer Scheißkrieg ist das! Was ist das mit dir? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020